In diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum die meisten Broker Geld verdienen und die meisten Trader nicht. Im Moment ist das ein bisschen im Profit und mein Profitziel liegt bei etwa einem Euro für das gesamte Konto. Ich verwende ein System, das im Laufe der Zeit eine Menge Positionen eröffnet. Sie können sehen, dass wir hier alte Positionen haben, die schon seit Wochen oder Monaten offen sind. Und eigentlich würde mein System im Moment alle Positionen schließen, sobald wir einen kontobasierten Profit von einem Euro erreicht haben. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ich hier einen Stundenchart verwende. Im Moment sind es also noch 29 Minuten, bis die Stunde zu Ende ist. Und das könnte alles ändern, denn wir haben diese Situation schon einmal erlebt. Zu diesem Zeitpunkt war es fast dasselbe. Ich habe nicht manuell mit dem System interagiert. Der Kurs fiel und es dauerte einige weitere Wochen, bis er wieder diesen Preis erreichte. Und jetzt sagt mir mein Gehirn, dass ich alles schließen und das System manuell manipulieren soll, weil ich versucht bin, das, was im Moment funktioniert, einfach beizubehalten. Denn mein Gehirn denkt, wenn ich es nicht tue, wird es wieder passieren. Und das fühlt sich nicht sehr gut an. Das Verrückte daran ist, dass es nie ein Problem ist, so etwas auf einem Demokonto zu tun. Denn Menschen wie Sie und ich kümmern sich nicht darum, ob ein Demokonto profitabel ist oder nicht. Und deshalb lassen die meisten Leute es aus. Was bedeutet das also? Im Grunde bedeutet es, dass die Bedeutung des Geldes in Ihrem Kopf die ganze Art und Weise verändert, wie Sie an ein System herangehen. Und sobald Sie anfangen, irgendetwas in Ihrem System manuell zu manipulieren, ist es kein System mehr, weil Sie vielleicht mitten in der Nacht aufwachen und denken, Sie müssten überprüfen, ob Ihr Konto noch lebt, Ihren Computer einschalten und irgendetwas tun, nur um sich besser zu fühlen. In meinem Fall habe ich mehrere Systeme, die ich verwende. Und das würde bedeuten, dass ich, wenn ich nicht schlafen kann und mitten in der Nacht aufwache, aufstehe und ein halbes Dutzend Systeme manuell überprüfen würde. Wenn ich das also tue, ist es kein System mehr und ich könnte dem System nicht mehr trauen. Heute ist der 27. Dezember und wenn Sie sich diese Positionen hier ansehen, können Sie erkennen, dass wir seit Juli offene Positionen haben. Sie brauchen also eine Menge Geduld, um auf so etwas zu warten, wenn es gegen Sie läuft. Und einer der Gründe, warum Broker mehr Geld verdienen als Händler, ist, dass ein Broker nie das Risiko hat, etwas zu verlieren. Wenn Sie also Geld verdienen oder verlieren, wird Sie das immer eine kleine Gebühr kosten. Und deshalb kann Ihr Broker gut schlafen. Und wenn Sie nicht gut schlafen und mitten in der Nacht aufstehen, könnte einer der Gründe dafür sein, dass Sie kein Demo- oder Cent-Konto verwenden. Und der Hauptgrund ist, was das Geld für Sie bedeutet. Und je höher die Bedeutung des Geldes ist, desto höher ist auch die emotionale Wirkung auf Ihre Situation. Und je emotionaler Sie werden, desto größer ist die Gefahr, dass Sie Ihr eigenes System manipulieren, nur um sich besser zu fühlen. Und das ist der Grund, warum die meisten Broker Geld verdienen und die meisten Trader nicht. Das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten. Vielen Dank. Vielen Dank.